Es ist geil, es gibt Menschen, die schreien einfach so und es ist komplett unlustig, aber wenn Nosterra schreit, dann ist es so lustig, ohne Witz. Also, es gibt so Leute, wenn die schreien, das ist zum Beispiel auch Hand of Blood, der ist auch richtig cool. Na Bas, was geht ab, mein Kleiner? Haben wir jetzt gesehen hier. YouTube, bist du schön am stalken, ja? Und machst so Twitch-Streams dazu, ja? Alter, ist das das? Ist das Bas? Ich weiß, dass du zu guckst, Bas! Die Scheiße! Weißt du was? Hier! Das! Da kommst du rein! Junge, wenn du dich nicht beträgst, dann werd ich aber auch richtig, dann kriegst du eine Krawatte, kriegst du! Hier, los! Zeig dir mal, was wir mit so Stalkern machen hier! Gebt doch nicht Stress! Das ist die letzte Warnung, die du kriegst hier, Bas, ja? Die letzte Warnung. Ich bin da ein Wein, ganz lieber. Guck mal, ich hab dir sogar eine Mikrowelle mitgebracht. Aber wenn du dich nicht beträgst, wenn du hier Abonnent bist, dann kannst du auch uns ersetzt, das hast du! Das ist übrigens nur unser Drittkanal, aber ist egal. Willkommen an Bootpass! Ich bin der aberwitzige Nussdacher! Du bist Spitznass, Junge, oder was?